Da haben wir auch sicherlich noch mal einen, zwei von diesen Schüppen heute am Lauf des Tages. Da kommt noch Alarm. Ich habe ausgetragen, es ist dem, der Entswerdmann, der Entswerdmann. Und zeigt der Zeige, als Knote begrüßt die Noreen Juhas an Bord. Das Adler auf dem Güte ist das Adler. Jetzt ist es so gut, ja. Jetzt haben wir ab. Ja, der Stolz sah schon mal richtig gut aus. Ja, der Stolz sah schon mal richtig gut aus. Ja, der Stolz sah schon mal richtig gut aus. Ja, der Stolz sah schon mal richtig gut aus, ja. Auch sehr schön leise, die Maschine, muss man sagen. Ich habe vorhin mal in den Flieger reingeschaut, alles gekapselt da drin. Das Flieger war komplett abgeschottet. Aber wie gesagt, auch wir müssen hier Normen anhalten, bei denen die Flieger genug zu laut werden. Ja, der Stolz sah schon mal richtig gut aus. Wenn du bist, wenn du bist, dann kommt auf jeden Fall hin. Wenn du bist. Ja, du bist. Das ist ein Standpunkt, um die Klicke schnell nachzuvollziehen. Die meisten haben dieses Google Earths an Bord, wo man dann wirklich jeden Meter dokumentieren kann mit solcher Maschine. Schnell weg, schnell wieder da. Ja. Und dann auch hier, die Klicke wurde vom Nürnberg, der Schmürge zum Projekt, absolut in Betracht. Ja, das ist doch nicht authentisch oder auch gut gut. Aber die meisten Jack, die meisten Flügelbäuer sind. Ja. 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 Die sind gleich langweilig. Ja, genau das. Ja, das soll es auch mal herstellen. Das wird auch noch mal geächtet haben. Stellt mal die Basis der Fertig dorthin. Und das ist das. Dann wollen wir mal gucken. Wie ist das? So, wir arbeiten raus. Geht ein langsamer Umflug. Herr Heinrich, wir haben mal die Frau von hier nach Berlin. Wir haben auch hier auf 2, 3, 4, 8, mit Schmutz. Die haben jetzt am Start stehen. Alle Gäste bleiben noch gut da. Es bleibt noch spannend. Jetzt hat der Landung rein. Wir hatten die Frage drauf. Den Einträgen. Top-Landung! Ja! Danke. Danke. Danke.